Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debatten-Podcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 149 der Turtle Zone Tiny Talks. Es begrüßen Sie am Mikrofon Michael Gebert und Oliver Schwarz. Schön, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch an diesem Montagmorgen wieder mit dabei sind. Und in der Episode 149 beschäftigen wir uns mit Pinocchio und dem außergewöhnlichsten Prozess, den wir seit langem gesehen haben. Da fragt sich natürlich der ein oder andere Hörer und Hörerin, was ist jetzt da passiert mit uns beiden? Nein, wir reden vom semi-erfolgreichen Rockbarden Jill Ofarin, der im Oktober 2021 angetreten ist, um eine sehr spezielle Feldstudie zur Erregungsökonomie via Social Media, zu Vorverurteilungen, Eitelkeiten, Falschbeschuldigungen, Lügen und Verleumdungen zu starten. Und wir reden heute nicht über sichtbare und unsichtbare Ketten. Nein, die Frage hat der gute Gil mit seinem Geständnis ja final geklärt. Bis auf seinen reichlich forschen und TV-erfahrenen Star-Anwalt Alexander Stevens hat mittlerweile jeder begriffen, dass es in der Krause Ofarin nie um Religion oder Diskriminierung ging. Ja, also du bist da ziemlich forschender Weg, sag das nicht, denn Semipromis beim Check-in warten zu lassen, das ist definitiv schon ein, mehr als ein Fauxpas. Das ist ja Diskriminierung à la carte. Und da, wo bleibt denn jetzt hier der berühmte Promi und VIP? Ja, nach Meinung des staunenden Volkes kennt zumindest noch die große Strafkammer des Landgerichts Leipzig diesen Bonus. So lesen sich die empörten oder verwunderten Kommentare unter Medienberichten zum Prozess. Das ist natürlich Quatsch und mit der Geldauflage von 10.000 Euro kommt der Lügenbade auch nicht davon, egal wie oft dieser Unsinn noch wiederholt wird. Ja, Oliver, wir kennen das ja. Die Medien sind natürlich heute bei dem Thema, morgen bei dem und übermorgen schon wieder bei einem anderen. Es muss einfach klingen, es muss klickbätig überall leicht und einfach verdaubar sein. Und so muss man aber dann natürlich in dem Fall viele Medienberichte und Posts auf Social Media auch immer verstehen. Und auch sein Anwalt fabuliert ja sogar weiterhin von der Unschuldsvermutung. Und der Richter sagt, original, der Rechtsfrieden ist jetzt wieder hergestellt. Und das vermundert zumindest erst mal mich und ich glaube auch den einen oder anderen Zuhörer. Ja, es gibt einige Details an der Causa Ofarim und dem jetzigen Gerichtsverfahren in Leipzig, die verwunderlich sind. Die können wir ja heute einfach mal sachlich einsortieren. Für mich ist aber immer noch viel unverständlicher, warum Ofarim eigentlich seine erfundene Geschichte bis zuletzt bekräftigt hat. Eine spontane Lüge und Falschbezichtung ist eine Sache, das ist auch nicht okay. Aber über zwei Jahre lang unschuldige Dritte in den Verdacht von Antisemitismus zu stellen und diese Vorwürfe sogar mit zwei Strafanzeigen zu unterfüttern, das ist irgendwie unfassbar. Ja, richtige Wort. Und genauso unfassbar ist natürlich auch, wie sich damals, ist ja viel passiert in der Zwischenzeit, aber wir haben uns die ganzen Medienberichterstattungen nochmal rausgeholt. Und damals war wirklich reflexartig und äußerst lautstark jede Menge Promis, Politiker und Amtsträger sofort reflexartig auf der Seite von Ofarim und hatten natürlich sich auch in dem Moment gar nicht hinterfragt, könnte es hier möglicherweise eine Übertreibung oder vielleicht auch eine Lüge sein, ohne auch nur wirklich damals einen Tag Ermittlungen, sondern das war sofort spontan. Da wurde nichts abgewartet und auch ohne irgendeine Form von der berühmt-berüchtigten Unschuldsvermutung für den beschuldigten Hotelmanager. Ja, und wir sehen jetzt die ersten zaghaften Entschuldigungen, wirklich sehr, sehr zaghaft und sehr wenige. Und der Zentralrat der Juden urteilt am härtesten über Ofarim, aber die allermeisten Empörungsweltmeister und Hexenverbrenner von damals, sie ducken sich seit zwei Jahren weg. Juristen verstehen, was der Richter mit dem wiederhergestellten Rechtsfrieden meint. Und der Hotelmanager wird sicher auch froh sein, dass es hier letztendlich ein Eingeständnis der Lügen seitenskill Ofarim gibt. Aber natürlich ist die jetzige Berichterstattung und Aufklärung zwar durchaus breit, aber damals wurde ja weltweit über den vermeintlichen Skandal im Westin, in Leipzig, in Sachsen, in Deutschland berichtet. Und jetzt dreht sich wieder vieles um Ofarim, denn er stand vor Gericht. Aber ich bezweifle stark, dass der angerichtete Imageschaden für viele der Beteiligten nun wirklich bereinigt, befriedet ist. Ja, man darf nicht vergessen, zwei Jahre lang, das ist wirklich nervensehrend, neben dem, dass es natürlich auch viele Karrieren und möglicherweise viele Träume auch in dem Bereich der Hotelmanager und der Beteiligten dort auf der Straße geblieben sind oder schlichtweg gar nicht mehr existieren. Und du sagst da in dem Zusammenhang wirklich was Interessantes. Es ging ja vor Gericht nicht um den Hotelmanager, sondern angeklagt war eben Jill Ofarim. Und gelesen hat sich das aber dann in vielen Berichten genau eher so, dass hier ein Gericht den damaligen Vorfall untersucht, um den Schuldigen zu ermitteln. Ja, und Ofarims Anwalt verstieg sich ja in seiner doch recht forschen Art und Weise in einer Art Sportsprache und sah seinen Mandanten immer automatisch mit einem 1 zu 0 in Führung. Absolut. Das war natürlich auch die Verteidigungsstrategie. Die anfänglichen Ermittlungen gegen den Hotelmanager waren ja längst eingestellt. Er stand nicht vor Gericht, sondern war Nebenkläger. Die Staatsanwaltschaft hat schnell festgestellt, dass sich ein Diskriminierungsvorwurf nicht erhärten lässt. Im Gegenteil. Die Ermittlungen führten bald zum gegenteiligen Verdacht. Vor Gericht stand nun Ofarim. Jetzt daher wegen einer Reihe von mutmaßlichen Tatbeständen zulasten des Hotelmanagers rund um die erhobenen Beschuldigungen. Aber auch wegen seiner wissentlich erlogenen Strafanzeige und seiner Falschaussagen gegenüber den Ermittlungsbehörden. Insgesamt überhaupt kein Kavaliersdelikt. Vor Gericht ging es also nur um die Frage, ob man Ofarim diesbezüglich zweifelsfrei überführen und verurteilen kann oder freisprechen muss. Dass nur mit einem riesigen Aufwand der Oktoberabend 2021 mit Zeugen nachgestellt, aufgearbeitet und Überwachungsvideos mit Sachverständigen analysiert worden sind, lag daran, dass es keine Tonaufnahmen gab. Und angesichts des Initialvorwurfs des Antisemitismus und der ständigen Angriffe der vier Verteidiger von Ofarim gegen Gericht, gegen Zeugen und Sachverständige, das Gericht sich einfach keinesfalls einen Fehler leisten wollte. Das erklärt auch die Freude des Richters über das späte Geständnis Ofarims. Denn dem Verteidiger Stevens wäre es durchaus zuzutrauen gewesen, alles daran zu setzen, dass der Prozess verzögert wird oder nachher das Urteil zu skandalisieren und höchstinstanzlich überprüfen zu lassen. Viele haben ja längst vergessen, dass schon vor einem Jahr ein Prozess anberaumt war und der dann aufgrund massiver Klagen des Verteidigers um ein Jahr verschoben werden musste. Also wirklich außergewöhnlich. Und ich merke schon, eine chronologische Aufarbeitung tut hier definitiv Not, auch für den Nicht-Juristen durchweg mal spannend, weil ja genau unsere Themen Social Media, Erregungskultur, binäres Denken, so feucher Aktivismus, das wirklich Ausblenden von Realitäten ist ja oft unser Thema bei diesem Tiny Talk. Und lasst uns da am besten gleich damit starten. Ich finde es aber vor allem wichtig, dass wir uns weniger mit jetzt dem Angeklagten Meister Ofarim befassen, sondern mehr mit den Begleitumständen der Erregung und diesem voreiligen Beschuldigungen bis hin zu Morddrohungen. Das muss man sich mal vorstellen. Gegen den Hotelmanager, der ja auch Familie hat. Also es wurde ja sogar seine Privatadresse relativ frühzeitig im Netz gepostet. Also liebe Hörerinnen und Hörer, das muss man sich vorstellen. Da ist jetzt hier nichts mit irgendwie auf der einen Seite Unschuldsvermutung und dann auch nochmal in irgendeiner Art und Weise ja ein gewisser Sicherheitskorridor eingerichtet. Also in dem Moment, wo sowas hochstilisiert wird und dann auch noch die Privatadresse wirklich verifiziert im Netz zu finden ist, dann kann man da auch als Hotelmanager nicht einfach mal ratzfatz umziehen oder möglicherweise Polizeischutz avisieren. Denn dieser Trend, dass jedes Video auf Social Media und jeder Vorwurf sofort einen Aufschrei und dann lawinenartige Shitstorms generiert, ist wirklich brandgefährlich. Denn hier fehlt Maß und Mitte. Wir hatten es öfter schon diskutiert. Es geht eben nicht mehr um nur gut gemeinte Solidarität mit mutmaßlichen Opfern und ein offenes Ohr oder entsprechend die hohe Sensibilität für Diskriminierungen oder in dem Fall Antisemitismus. Es geht gerade um eine Erregungskultur, die aktuell schon fast zumindest für mich den Zenit zu erreichen scheint und mit vielen klickorientierten Medien auch um eine Erregungsökonomie schon fast. Also da ist viel Geld verdient. Da lässt sich auch viel Erregung erzeugen. Je länger dieser Status da ist, desto umsatzstärker könnten die Medien dadurch auch natürlich positiv aus der Sache rausgehen. Und die Unsitte, dass auch Politiker sofort danach jedes Mikrofon zu jedem Thema suchen und ohne irgendwelche Detailkenntnisse oder möglicherweise ein Abstimmen mit ihrem Pressechor oder mit ihren Assistenten sofort Meinungen verbreiten und die Haltung demonstrieren wollen, in welche Richtung auch immer, sorgt auch nicht gerade für Befriedung und Besonnenheit. Ja, leider. Uns geht es ja auch überhaupt nicht darum, jetzt noch auf Pinocchio Gill herumzutreten. Wenn er noch einen Funken Moral hat, wird er derzeit genug mit sich selber zu tun haben. Es geht auch in diesem Fall längst nicht mehr um Religion und Antisemitismus, denn der Hotelmanager war, das muss man einfach nochmal betonen, nicht der Angeklagte. Die Anklagepunkte gegen Oferin betreffen Tatbestände, die viele Motive haben können. Im vorliegenden Fall wohl ein übersteigertes Promi-Ego. Ja, ich weiß nicht, ob das dann automatisch sozusagen mit jedem Promi auch einer gewissen Art von Narzissmus oder erhöhten Ego-Manie schon fast kommt. Das sagt man ja oft und man sieht es auch oft, aber wohl wahr. Wir urteilen jetzt hier in unserem zeitgeistigen Debatten-Podcast Tiny Talk eben nicht über Gill Oferin als Mensch und dass auch natürlich jede Form von Antisemitismus und Diskriminierung strikt abzulehnen sind, ist natürlich klar und selbstverständlich. Und wir reden auch nicht darüber, abgrenzen, dass eine vierköpfige Anwaltsmannschaft eine sehr, sehr aggressive Verteidigungsstrategie gefahren hat und die auch dafür bekannt sind, sowas durchziehen zu wollen. Und das ist ihr Job, ganz klar, wenngleich der Stil natürlich irritiert. Aber neben den nun geständigen Lügner müssen sich vor allem all diejenigen in diesem kritischen Umfeld hinterfragen, die eben genau vor zwei Jahren und während der zwei Jahre immer wieder, wenn das Thema auch medial aufkam, das Westin Hotel und seine Mitarbeiter mit Vorwürfen und auch schlicht Hass überzogen haben und sogar direkt die Entlassung des Managers und auch viele andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefordert haben, sofort sozusagen in Sippenhaft genommen und sofort auch felsenfest überzeugt, waren genau diese Leute dann von den Vorwürfen. Alles wegen eines von Beginn an durchaus merkwürdigen Videos auf Instagram. Und das sollten wir gleich nochmal näher beleuchten. Ein Verstanden nach unseren Sponsoren hinweisen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Live-Streaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und Sie hören die Episode 149. So ist es und wir nehmen heute mal das Überraschende und das sehe ich zumindest persönlich mal in Anführungszeichen, denn die ganze Sache war für mich von Anfang an durchweg kritisch, aber das für viele überraschende Ende eines Gerichtsprozesses gegen den Promi, welche Klasse auch immer, A, B, C, D, E, F, G bis Z, Gilles Offarim, zum Anlass die Causa noch einmal chronologisch einzuordnen und auch die wichtigsten juristischen Details klarzustellen. Du als Jurist natürlich hast hier noch mal die Vorzugsaktie quasi, das Ganze noch mal idealtypisch zu reflektieren. Aber vor allem wollen wir über das Big Light Phänomen sprechen, nämlich die reflexartige, gewaltige Erregung nach Videos und Posts auf den Social Media Plattformen der Wahl, in dem Fall primär Instagram und das beobachten wir doch immer öfter. Und der Begriff Unschuldsvermutung scheint, zumindest nehmen wir beide das täglich wahr, mittlerweile völlig in die Vergessenheit geraten zu sein. Wenn diese Aufschrei-Lawine einmal losrollt, dann gibt es eigentlich keine Abwägung oder irgend so etwas wie Besonnenheit mehr. Es scheint Vollgas in eine Richtung zu gehen und auch nicht bei den Politikern und bei den Prominenten. Und nicht zu wenig Medien steigen dann auch begeistert mit ein. Es ist natürlich jetzt schon ein wenig Wohlfall, wenn man jetzt behauptet, dass man von Anfang an wusste, dass Ofarim lügt. Aber trotzdem ging es uns ja so, dass das Video und die Story zumindest irritiert hat. Und es gab ja auch bald Zweifel und Ungereimtheiten. Aber als das Hotel zaghaft eine eigene, vornehmlich regionale Medienarbeit gestartet hat, war das Kind ja längst in den Brunnen gefallen. Die weltweiten Medienberichte waren ja nicht Ergebnisse von Recherchen und Erkenntnissen, von Veröffentlichungen der Polizei oder einer Staatsanwaltschaft oder wenigstens von Interviews seitens Ofarim. Nein, heutzutage sind skandalisierte Social-Media-Posts, die dann folgende aufgeregte Netzdebatte und sich darauf beziehende Statements von Promis und Politikern, ein anscheinend ausreichender Nachrichtenanlass für die ganz großen Schlagzeilen. Man berichtet also nicht mehr über Fakten und Erkenntnisse, sondern über die Wogen im Netz. Und je mehr Medien darauf einsteigen, umso mehr Folgen. Dass der Vorwurf zumindest für ein Luxushotel, das zur amerikanischen Marriott-Hotelkette gehört, sehr, sehr ungewöhnlich, nahezu unvorstellbar ist. Und auch die Entscheidung, ein langes Video für Insta zu drehen, in so einer Situation zumindest nicht normal sein sollte, hat anscheinend wenige irritiert. Mich schon. Ich hatte Zweifel, du ja auch, Michael. Aber umgekehrt war es für mich natürlich genauso schwer vorstellbar, warum ein Mensch wie Oferim, der gerade noch bei einer Fernsehaufzeichnung war, jetzt plötzlich solche massiven Vorwürfe frei erfinden sollte und anderen damit ja dann bewusst und vorsätzlich solches Leid zufügt, nur wegen ein wenig Wachterei beim Check-in. Das ist nahezu wirklich unvorstellbar. Gerade bei solchen Zweifeln sollte man, glaube ich, dann erstmal durchatmen und die weiteren Ermittlungen und Erkenntnisse abwachen. Ja, ich meine, wir beide kennen uns ja schon länger und du bist halt hier ein verkopfter, feingeistiger Journalist. In dem Fall auch noch mit juristischem Background. Nee, aber Spaß beiseite, Oliver. Der Punkt ist natürlich, ich glaube, da sind ein paar Sachen aus dem Ruder geraten, da in dem Moment, wir waren ja beide nicht dabei. Und natürlich der Luxus des niedrigen Blutdrucks und der Besonnenheit kann sich sonst kaum einer in diesem Erregungshamsterrad ja noch leisten. Also jetzt kommt ja auch noch die Startezeit und die ganzen Weihnachtsmärkte machen auf und ich glaube, da gibt es dann auch noch viel Erregung. Zusätzlich vielleicht eines der zukünftigen Themen. Aber wenn der Aufschrei dann mal losgeht, fühlt sich doch jeder unter Druck, sofort Meinung und Haltung zu zeigen. Und gerade weil Ofarim ja hier im Besonderen den Vorwurf des Antisemitismus für sich angeeignet hat, war schnell klar, wer Täter und Opfer sind. Das ist in dem Moment, haben wir einfach in Deutschland, aber auch weltweit ein paar Themen, ohne groß drüber nachzudenken, sofort Täter und Opfer auch in die Richtung stellen. Und wie du sagst, jeder kann sich hier vorstellen, dass ein Promi mal im Hotel rummeckert und schimpft, wenn er nicht bevorzugt behandelt wird oder irgendwie nicht sofort behandelt wird und nicht das richtige Zimmer bekommt. Da kann ja alles passieren. Aber dann aus diesem gekränkten Ego, dem Hotelmanager eine Diskriminierung und Straftat vorzuwerfen, darauf dann auch noch zu bestehen und jetzt in dem Fall zwei Jahre lang auch durchzuziehen, das kann man sich natürlich kaum ausdenken. Insofern liegt es uns auch fern, jemanden einen Vorwurf zu machen, der spontan Mitleid mit dem vermeintlichen Opfer Ofarim hatte. Es geht vielmehr um die Unerbitterlichkeit, mit der sofort Position bezogen wird, bevor auch nur hier der erste Ermittler überhaupt einen Fuß in irgendeine Hotelhalle gesetzt hat und die Arbeit aufgenommen hat. Ja, das macht solche Kampagnen auf Social Media wirklich so gefährlich und der Macht war Ofarim sich als Medienprofi mit Sicherheit sehr wohl bewusst, denn er hat laut Augenzeugen vor Gericht ja im Foyer sogar ganz explizit damit gedroht. Wir sollten generell solchen Posts und Videos erst einmal wirklich neutral kritisch gegenüberstehen, auch wenn es um andere aktivistische Themen oder vielleicht auch um Kriegsberichte geht. Mich nervt ja schon, dass derzeit so viele TikTok-Videos ohne wirkliche Credit-Infos rumgeistern und diese ganzen kurzen reißerischen Clips und Ausschnitte aus längeren Videos. Ja, es ist natürlich, wir hatten ja öfter darüber geredet, je kürzer, je aggressiver, je kontaktreicher, desto besser. Aber unabhängig von der Medienkultur und dem Medienkonsum, der durchaus zu hinterfragen ist und, glaube ich, auch nicht gut für alle Beteiligten ist, lass uns doch mal jetzt nochmal zurück in die Chronologie einsteigen und diese Causa Ofarim so nehmen, dass du uns vielleicht mal das zusammenfasst, die Chronologie, und dann die nicht mehr sozusagen jetzt aktuellen Themen, zwei Jahre lang sind zwei Jahre, das alles auf dem Radar haben. Also wo ist denn hier zwischen diesem Video zu dem, was passiert ist und dem Geständnis? Was ist da jetzt denn passiert? Sehr, sehr gerne. Alles begann am Abend des 4. Oktober 2021. Gil Ofarim, der mit seinem vollen Namen Gil Doron Reichstadt Ofarim nun vor Gericht stand, will nach einer Fernsehaufzeichnung für den MDR im Westin in Leipzig einchecken. Dort herrscht computerbedingtes Chaos beim Check-in und der Sänger muss wie andere Gäste warten. Kurz danach dreht Ofarim vor dem Hotel ein Instagram-Video und erhebt schwere Vorwürfe gegen das Hotel und einen namentlich von ihm explizit genannten Hotelmanager Markus W. Die Veröffentlichung erfolgt entgegen des Rats seiner damaligen Managerin, wie sie vor Gericht betont hat. Am Tag darauf schlägt das Video ein wie eine Bombe. Es kommt zu spontanen Demonstrationen vor dem Hotel und das Westin beurlaubt den Mitarbeiter. Eine Lawine an Kritik und Hass prasselt auf das Hotel ein und auch Markus W. bekommt sogar Mochdrohungen. Seine Privatadresse, das haben wir auch schon erwähnt, wurde gezielt veröffentlicht. Der Hotelangestellte stellt sehr, sehr schnell Strafanzeige wegen Verleumdung, während Ofarim noch in TV-Interviews weiter gegen das Hotel austeilt. Er hat bis dahin selber keine Anzeige gestellt. Nun trudelt aber bei der Staatsanwaltschaft am 7. Oktober die erste Anzeige wegen Volksverhetzung gegen Markus W. ein, gestellt von einem unbeteiligten Dritten. Das lokale Westin-Management beauftragt nun eine Rechtsanwaltskanzlei und die wiederum Detektive. Währenddessen gerät nun aber auch die Muttergesellschaft Marriott unter Druck, gerade auch in den USA. Und Ofarim kündigt eine Anzeige an und beklagt immer lauter eine ausgebliebene Entschuldigung. Daraufhin bittet Marriott aus den USA Ofarim um Entschuldigung. Am 12. Oktober wird Ofarim dann in München, seiner Heimatstadt, vernommen und stellt danach die angedrohte Anzeige gegen Herrn W. Das Hotel wirkt zu diesem Zeitpunkt noch sehr, sehr defensiv und spricht nur mit einigen wenigen vertrauten Lokaljournalisten. Doch schon fünf Tage später kommen aufgrund von Videobildern aus dem Foyer und aufgrund von Aussagen anderer Gäste erste Zweifel an Ofarims Darstellung auf. Noch immer ist die öffentliche Meinung ganz eindeutig und ganz einseitig gegen das Hotel gerichtet und immer skurrilere Geschichten werden verbreitet. So soll die Sicherheitsfirma des Hotels zur rechtsradikalen Szene in Sachsen gehören. Alle erregten Kritiker sehen damit ihre Vorurteile gegen das Westen weiter bestärkt. Ofarim macht sich derweil rar, doch jetzt äußert sich das Hotel gegenüber einem lokalen Leipziger RTL-Reporter. Und die senden das dann bundesweit im Hauptprogramm. Und damit wird bundesweit bekannt, dass Westen zu seinem Mitarbeiter W. steht, ihn zwar beurlaubt hat, ihn aber sozusagen versteckt hält, außer Schussweite. Aber man hinter ihm steht. Und kurz danach werden dann auch seitens des Hotels, seitens der Anwaltskanzlei die ersten Videoaufnahmen veröffentlicht. Gil Ofarim reagiert daraufhin mit wirklich merkwürdig anmutenden Interviews, indem er Fragen nach dem Abend in Leipzig großräumig ausweicht und stattdessen den latenten Antisemitismus in Deutschland beklagt. Das macht er auch schon sehr, sehr stutzig. Es wäre eigentlich gar nicht so wichtig, betont er, was in Leipzig vorgefallen wäre, wichtig sei, dass dies so jederzeit in Deutschland passieren könnte. Das sieht der bezichtigte Markus W. und das Westen natürlich sicherlich etwas anders. Endlose Buchungsstornierung, jede Menge miese Kritiken im Netz werden zum Image-Desaster und wirtschaftlichen Schaden in Millionenhöhe. Ofarim wird erneut vernommen von der Staatsanwaltschaft und stellt eine weitere Strafanzeige, schon die zweite. Kurz danach wird dann ein Gutacht im Auftrag der Kanzlei des Westenhotels bekannt, das massive Zweifel an Ofarims Geschichte nochmal verstärkt. Fünf Monate später, das war dann schon im Frühjahr 2022, gibt die Staatsanwaltschaft Leipzig dann bekannt, dass sie die Ermittlungen gegen den Hotelmanager wegen Antisemitismus und Volksverhetzung längst eingestellt hat und stattdessen umfangreich gegen Gil Ofarim ermittelt habe. Und sie verkünden eine Anklage gegen den Sänger. Dieser nimmt sich daraufhin ein Anwaltsteam rund um Alexander Stevens, der sofort mit massiven Vorwürfen gegen einen angeblichen Schauprozess loslegt. Die Anklagepunkte gegen Ofarim lauten zunächst auf falsche Verdächtigung, Verleumdung, Betrug und versuchten Betrug. Dann legt die Staatsanwaltschaft nochmal nach und erweitert um Falschaussage an Eides statt. Außerdem strebt der Anwalt von Markus W. im sogenannten Adhäsionsverfahren eine umfangreiche zivilrechtliche Schadensersatzforderung an. Ofarim drohen nicht nur bis zu fünf Jahre Haft, sondern eben entsprechend auch hohe Schadensersatzforderungen. Doch die aggressive Taktik von Ofarims Anwälten, die ist erfolgreich. Zwar scheitern ihre Befangenheitsanträge gegen das Gericht vor dem OLG, aber man zieht die Reißleine und sagt den Prozess kurz vor Beginn, wirklich wenige Tage vor Beginn ab. Das war im Oktober 2022. Das Gericht empfiehlt bei diesem Beschluss noch einmal eindringlich einen außergerichtlichen Täter- und Opferausgleich. Aber Ofarims Anwälte lehnen das kategorisch ab, sind zutiefst empört und erklären, dass sie den ganzen Instanzenweg gehen wollen bis zu einem Freispruch des Musikers. Ein Jahr später wurde der Prozess nun im November diesen Jahres vor der großen Strafkammer nachgeholt und es waren zehn Prozestage angesetzt, 27 Zeugen geladen und ein Videosachverständiger. Kurz vor Prozessbeginn bekräftigt Ofarim seine Vorwürfe und betont, dass er das Video erneut jederzeit so drehen und veröffentlichen würde. Und auch Anwalt Stevens, der anscheinend aus seiner Zeit als TV-Anwalt, wir mögen uns erinnern, die Kameras liebt, lässt keine Gelegenheit aus wie wild, um sich zu beißen. Er sieht die Sicherheit seines Mandanten gefährdet und man versucht es immer wieder mit Befangenheitsanträgen und einer Demontage von Zeugen und des Sachverständigen. Das epische Auftaktplädoyer von Stevens ist schon reichlich einzigartig und erinnert an Hollywood-Filme und überstrapazierte eindeutig den Zeitplan des Gerichts. Über sechs Prozestage hinweg versuchte das Anwaltsteam von Ofarim den Eindruck zu zerwecken, dass die Zeugen unglaubwürdig sind und dass man noch ganz entscheidende Überraschungen im Ärmel hat. Und selbst Journalistenkollegen vor Ort konnten bis zum Morgen des sechsten Prozestages nicht wirklich greifen, wohin so gerade der Prozess steuert. Es sollten dann an dem 28. November Jeannette Biedermann, die Sängerin und Gregor Meile aussagen, denn die hatten Ofarim nach dem angeblichen Vorfall noch einmal gesprochen. Er hatte sie wohl angerufen. Doch stattdessen platzte die Bombe und Ofarim äußerte sich zum ersten Mal selber vor Gericht mit besagtem, ich glaube 45 Sekunden langen Geständnis, dass er gelogen hat und die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft korrekt seien. Er bittet Herrn W. knapp um Entschuldigung und betont, das Video nun gelöscht zu haben. Vielmehr hat er aber seinen gesamten Insta-Account gelöscht. Das Video geistert natürlich trotzdem weiterhin rum und jede gut sortierte Redaktion hat es natürlich im Archiv. Und dann geht alles ganz schnell. Plötzlich wird klar, dass während der ständigen Prozessunterbrechung hinter den Kulissen längst verhandelt worden ist. Es gibt eine außergerichtliche Einigung auf ein Schmachzensgeld für Herrn W. und ein Deal mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht, den Prozess gegen Geldauflage vorläufig anzustellen. Der Richter spricht davon, dass das Geständnis von Gil Oferim für Herrn W. wertvoller sei als ein Schuldspruch und sieht den Rechtsfrieden, du hast es ja auch schon zitiert, wiederhergestellt. Ja, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Was ich auf der einen Seite mir angeschaut habe, war dann auch die Wellen, die es in den deutschen Medien dazu dann gab. Und das war durchaus eindrucksvoll. Zum einen gab es eine erste Schockwelle, würde ich es mal so bezeichnen, wo ganz zaghaft ja so tituliert wurde, dass jetzt die Karriere dieses armen Promis dann doch durchweg sehr geschädigt war. Dann gab es relativ zügig den entsprechenden Kommentar vom Zentralrat der Juden, der anscheinend dann auch dazu geführt hat, dass sich deutlich mehr Media Outlets rausgewagt haben danach. Und so zumindest das kolumnistische Highlight für mich hat geschossen natürlich die Bild, auch natürlich von der Reichweite her, die sich auch vor zwei Jahren reflexartig natürlich erst mal auf die Seite von dem Promi geschlagen hat, die jetzt wiederum ja schon fast verständlich schreibt, dass es ja hier eine Lüge war, dass die Dame, die dann auch entsprechend darüber schreibt, sagt, naja, das ist nicht nur schlimm, sondern diese Solidarisierung ist schlimm. Und gleichzeitig hat die Bild-Show-Chefin, in dem Fall Tanja May, hat den Kommentar geschrieben, gesagt, naja, das ist so, wie ich ihn eigentlich auch immer schon auch kennengelernt habe, den Herrn Ofarim als überheblicher Schnösel, wie sie es hier versagt, und dann auch selbstverliebt und arrogant. Ja, also komischerweise mit einem gewissen Schmunzeln, muss ich da sagen, naja, den Kommentar hätte sie ja auch, ohne jetzt erst mal Partei zu ergreifen, vorher machen können. Ja, und Michael, Frau May lässt natürlich gerne solche Kommentare raus. Absolut, absolut. Also die ist jetzt nicht unbekannt für solche Kommentare, weil sie selber natürlich auch sehr, sehr gerne dann mit den aktuellen Tagesnews im Rammlicht stehen will. Also sozusagen Showgröße trifft Showgröße in dem Zusammenhang. Sie hat sich ja auch bei Rammstein sehr eindeutig in Position gebracht. Absolut. Ja, also ich meine, da gibt es insofern, wie gesagt, immer auch natürlich zu verstehen mit einem gewissen Schmunzeln und einem auch Schlucken dazu, dass das schon erstaunlich ist. Und ich glaube leider, dass auch jetzt in diesem sehr prägnanten und klaren Fall die Presse immer noch nicht so weit durchgetaktet ist und kapiert hat, dass wenn jetzt zukünftig ähnliche Situationen kommen, zumindest diese Zeit der Besonnenheit und Reflexion stattfinden muss, so wie du sie ja auch angemahnt hast. Aber ja, das ist so mein Feedback, sagen wir mal, aus der journalistischen Front. Jetzt die letzten Tage, wie ich mir dort das angeschaut habe, was für Wellen das geschlagen hat. Leider auch, du hast es erwähnt, ist es ja im Rahmen des Marriott-Konzernes ja auch eine internationale Thematik gewesen. Und das ist dann auch international leider überhaupt nicht mehr jetzt aufgearbeitet worden im großen Stil, sondern eher zu einer Randnotiz verkommen. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, weil das sollte zumindest dann auch, so wie sie es jetzt hier herausstellt, auch definitiv aufgearbeitet werden. Auch spannend, die Symbolik auch der Oferim war, auch in dem Moment, wo er dort sein Bekenntnis zur Lüge abgegeben hat. Und du sagtest ja, der Deal war vorher eigentlich schon auf dem Tisch. Und dann hat er sich aus dieser, aus der Deckung gewagt, hat aber symbolisch immer noch dann auch sozusagen den Judenstern getragen als Symbol und hat den dann auch, während er dann dort sich der Lüge selber überführt hat, auch nochmal theatralisch und staatstragend berührt. Also das Ganze ist immer noch, immer noch ein Schauspiel. Und ich bezweifle persönlich wirklich sehr stark, ob dann diese Person, Oferim, das auch wirklich so verstanden hat, was er hier jetzt gerade sich geleistet hat. Es macht auf jeden Fall auch wenig Sinn, wenn alle Medien jeden Bericht immer mit der jüdische Sänger beginnen. Das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Er stand, wie gesagt, wegen ja sehr, sehr eindeutigen Tatbeständen vor Gericht, die überhaupt nichts mit Religion zu tun haben. Er hat natürlich sich die Symbolik angeeignet, instrumentalisiert. Was auch immer ihm das bringen soll oder nicht, sei mal dahingestellt. Sein Geständnis war natürlich jetzt nicht etwas, was aus ihm rausgebrochen ist, sondern das war, wie wir jetzt wissen, in den ständigen Sitzungspausen vorher hart verhandelt worden. Und eine Bedingung war halt, dass er das macht. Und dafür hat er das relativ wortkarg, mit Blick genau unten gerichtet, gemacht. Da muss man jetzt kein großer Psychologe sein, um zu sagen, dass ihm das natürlich schwer gefallen ist, dass das aber jetzt auch nicht wirklich aus tiefer Reue herausgekommen ist, sondern er hat das Minimum dessen gebracht, was nötig war, um diesen Deal zu erfüllen. Exakt, ja. Es ist, glaube ich, Michael, nochmal ganz spannend, weil so viele Berichte jetzt kommen von wegen, ja mein Gott, der Ofarim, der kommt jetzt da mit dem Promi-Bonus weg und nur 10.000 Euro. Vielleicht sollten wir das einfach auch nochmal ganz kurz wirklich auf den Punkt bringen, was das Ganze juristisch bedeutet. Weil selbstverständlich ist das kein Freispruch. Aber unabhängig von der noch ausstehenden Kostenentscheidung des Gerichts wundern sich natürlich viele Beobachter über den Deal. Ofarim scheint in letzter Sekunde die Notbremse gezogen zu haben und kommt erstaunlich milde davon. Es kommt Paragraf 153a der Strafprozessordnung zur Anwendung und natürlich ist es aber Quatsch, dass er nur 10.000 Euro zahlen muss. Das ist ja lediglich diese Geldauflage nach 153a. Es wird am Ende viel teurer für ihn. Nimmt man die Anklagepunkte und vor allem den Zeitpunkt der beiden Strafanzeigen und die falsche Aussage an Eidestadt, dann wäre nach dem Prozessverlauf auch eine Haftstrafe ohne Bewährung überhaupt nicht unmöglich gewesen. Jetzt haben wir im Ergebnis das, was das Gericht eigentlich schon vor über einem Jahr angemahnt hat, nämlich vor allem ein Täter-Opfer-Ausgleich. Und der Weg ist nun natürlich auch frei für weitere zivilrechtliche Forderungen, zum Beispiel seitens des Westen in Leipzig. Doch strafrechtlich verwundert ist schon ein wenig, warum das Geständnis nicht nur strafmildernd wirkt, sondern Ofarem am Ende gar als nicht vorbestraft gilt. Da hatten wir doch schon mal was. Also du hattest ja in der Vorrecherche erzählt, dass der Angeklagte in dem Fall jetzt nicht unbedingt ein unbeschriebenes Blatt ist, dass es schon mal so haarscharf rausging. Es gab in München schon einmal einen Fall von einer körperlichen Auseinandersetzung und auch dort ist er haarscharf eben an der Vorstrafe vorbeigekommen durch die entsprechende Definition der zu zahlenden Tagessätze. Ja, wir reden hier aber diesmal wirklich nicht von Kavaliersdelikten, auch nicht von der Rauferei, auch nicht von Delikten im Affekt. Über zwei Jahre hinweg hat Ofarem seinen Lügen gebildet zum Schaden Dritter aufrechterhalten und sogar bis zum Prozessbeginn immer wieder erneuert. Er hat noch Wochen nach dem angeblichen Vorfall mit reichlich Abstand wissentlich und mit Vorsatz falsche Zeugenaussagen gemacht und Strafanzeigen gestellt. Ja, und jetzt können alleine die Anwaltskosten von Ofarem auf jeden Fall sechsstellig sein. Entgegen aller Behauptungen im Netz bedeutet die Entscheidung des Gerichts nicht, dass nun sogar die Staatskasse automatisch alle Kosten übernimmt. Aber das Gericht hat natürlich Spielräume. Ich erwarte noch immer, dass Ofarem seine Auslagen und einen guten Teil der restlichen Kosten tragen muss. Aber genau wissen wir die Höhe natürlich erst dann, wenn die große Strafkammer des Landgerichts dies festgelegt hat. Die Kammer und der Vorsitzende Richter standen natürlich unter Druck, aber ich bin fest überzeugt, der Vorwurf eines Promi-Bonus oder gar einer Rücksichtsnahme auf die Religion ist angeklagt und das ist sicherlich Unsinn. Ich gehe mal vielmehr davon aus, dass die Anwälte Ofarims sehr hart gepokert haben und es dem Vorsitzenden Richter und auch dem Anwalt des Nebenklägers W. einfach äußerst wichtig war, ein Geständnis zu bekommen und damit einen Schlussstrich. Stell dir mal vor, Michael Ofarem wäre verorteilt worden, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, aber ohne Geständnis und der Prozess wäre dann über Revisionen neue Jahre weitergegangen. Dann wäre der Ruf von Herrn W. weiterhin infrage gestellt und er hätte vielleicht noch viele Jahre auf Schmerzensgeld warten müssen. Im Sinne der nicht juristischen Gerechtigkeit fühlt sich der Deal natürlich nicht gut an, da die aggressive Strategie von gleich vier Verteidigern auf den ersten Blick eine angemessene strafrechtliche Sanktionierung verhindert hat. Auch unter Juristen verursacht der Prozessausgang teilweise Staunen und Kritik, aber die Betonung des Vorsitzenden Richters, dass für die Wiederherstellung des Rufs des Herrn W. das Geständnis äußerst wichtig war und dadurch der Rechtsfrieden so weit wiederhergestellt sei, dass von einer weiteren Verfolgung unter Auflagen abgesehen werden könnte, das ist für Juristen durchaus nachvollziehbar. Die Kommentare im Netz zeigen aber, dass das nicht sauber kommuniziert worden ist. Die wenigsten Beobachter draußen verstehen das. Und auch die Staatsanwaltschaft hält sich äußerst, äußerst auffällig zurück. Da habe ich noch gar kein wirkliches Statement von gesehen oder gehört. Und nun geistern halt wieder jede Menge Gerüchte über einen Promi-Deal herum, viel Kritik an einer vermeintlichen Justizwillkür. Sollte Herr Overem am Ende wirklich, sollten ihm wirklich signifikante Verfahrenskosten erlassen werden, wird die Kritik dann sicher noch sehr viel lauter. Da wird nicht nur die Bild-Zeitung dann am Start sein, aber da gilt natürlich umgekehrt genau dasselbe wie am 5. Oktober 2021. Noch wissen wir es nicht. Noch haben wir nicht den Gerichtsbeschluss zu den Kostenveraufteilungen und trotzdem geistern schon jede Menge Halbwahrheiten oder Fake News im Netz herum. Außerdem sagt der § 467 Strafprozessordnung im Absatz 5, ich zitiere, die notwendigen Auslagen des Angeschuldigten werden der Staatskasse nicht auferlegt, wenn das Verfahren nach vorangegangener vorläufiger Einstellung nach 153a endgültig eingestellt wird. Also zumindest seine vermutlich horrenden Anwaltskosten werden entgegen aller Netzgerüchte nicht zu Lasten der Staatskasse gehen, sondern wird Herr Overem selber bezahlen müssen. Spannend bleibt vielleicht letzter Punkt natürlich auch die Frage, ob das West den Hoteln noch zivilrechtlich gegen Overem vorgeht. Der Schaden lässt sich vermutlich relativ leicht beziffern und auch beweisen. Ich meine, gab es ja endlose Stornierungen. Im Wege steht sicher vor allem die Angst, wieder in den Mittelpunkt zu rücken und dass in jedem Bericht dann wieder zum tausendsten Mal die Geschichte mit den Antisemitismusvorwürfen wiederholt wird. Das ist ja sogar jetzt schon so. Kaum ein Bericht derzeit zum Geständnis von Overem kommt ohne langwierige Ausführungen über seine Kette und die damaligen angebliche antisemitische Diskriminierung im Westen. Absolut. Na gut, er hat es natürlich auch immer inszeniert und das ist klar, es wird immer gerne aufgenommen. Da ist jetzt in Deutschland auch, alle Medien sind natürlich da besonders empfänglich. Aber dabei muss man nochmal betonen, die Kette spielte nur eine Indizienrolle bei der Videoauswertung. Es hätte auch ein Schal sein können oder was auch immer. Die Overem zur Last gelegten Anklagepunkte haben nichts, aber überhaupt nichts mit Religion zu tun. Er hat lediglich eine Religion und den in Deutschland ja zu Recht justiziablen Antisemitismusvorwurf instrumentalisiert. Und weil das in Deutschland, aber eben auch in den USA, wo Marriott sitzt, so sensibel ist, wird sich Marriott oder der deutsche Westenbetreiber zweimal überlegen, ob und wann man Forderungen erhebt. Die Zeit rennt da nicht. Das kann auch nächstes Jahr passieren. Ich vermute mal, die werden jetzt erstmal warten, bis die Wogen sich geglättet haben und dann werden sie natürlich auch sehr genau recherchieren, wie es eigentlich um das Vermögen von Gil Overem gestellt ist, bevor sie da jetzt nochmal wieder an Medienträcht den Prozess anstimmen. Ich vermute mal, dass es daher jetzt sehr viel ruhiger um Gil Overem wirkt, aber dass wir in der Causa doch noch einiges hören werden. Zumindest eine öffentliche Entschuldigung beim Westenhotel seitens Overem wäre auch mal angebracht. Und natürlich bei all den Fans und Unterstützern, die er mit seinen Lügen auch instrumentalisiert und mobilisiert hat. Vielleicht erleben wir ja bald die große, tränenreiche Abbitte im TV oder gar einer Autobiografie vom Rockstar zum Pinocchio. Oder noch, noch makaberer, er wird einfach der Posterboy des Westenhotels und ist sozusagen der Signature-Gast, der dann das Westenhotel auch immer lobt. Aber ja, also Sie sehen schon, liebe Zuhörer und Hörer, das ist ein Wahnsinns-Thema. Ich würde sagen, ein Thema, was definitiv für viele, viele ähnliche Fälle steht, aber natürlich mit der Schlagkraft und auch der medialen Reichweite und dem Wumms-Effekt auf allen sozialen Erregungsmedien Extra-Qualitäten hatte. Und auch die Abbitte in Kombination jetzt wieder mit der eben nicht vorbestraften Thematik hat schon, ja zumindest auch für mich als Nicht-Juristen, eine ganz, ganz besondere Qualitätsstufe. Damit sind wir am Ende der Episode 149 der Turtles und Tiny Talks und wir wollen noch mal den Zentralrat der Juden zitieren. Es ist richtig, bei einem Antisemitismus-Vorwurf auf der Seite des Betroffenen zu stehen, ihm beizustehen und die Antisemitismus-Erfahrung zunächst nicht in Frage zu stellen. Umgekehrt darf so ein Vorwurf niemals grundlos erhoben werden und das ist hier leider passiert. Zitat Ende. Alles richtig, Empathie und Hilfsbereitschaft für Opfer sind wichtig, aber dennoch gilt natürlich auch die Unschutzvermutung. Und auch der Zentralrat, bei aller Liebe, war 2021 sehr, sehr schnell mit seiner Kritik und seinen Vorwürfen. Und ich glaube, die Lehre ist, dass Learning ist, gerade Verbände, Kirchen, Politiker und andere Vorbilder und Leuchttürme in dieser Gesellschaft sollten dem Reflex widerstehen, sofort Statements rauszuhauen und sofort Positionen zu beziehen. Das gilt natürlich auch für alle anderen Aufregerthemen. Echte Hilfe für Opfer bedeutet, glaube ich, viel mehr sorgfältige Aufklärung, konsequente Strafverfolgung und dann auch natürlich ganz praktische Hilfestellung im Alltag. Aber nicht immer diese symbolhafte Erregung im Netz. Erstaunlich wenig Empörte von 2021 haben sich bislang beim Westin Hotel oder Herrn W. entschuldigt. Da sollten doch einige nochmal darüber nachdenken. Der Zentralrat sagt nochmal im Zitat, zwei Jahre lang hat Gil Oferim Mitarbeiter eines Leipziger Hotels des Antisemitismus beschuldigt. Nun hat er gestanden, dass er gelogen hat. Damit hat Gil Oferim all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt. Auch das ist völlig richtig und auch das kommt bei anderen Vorwürfen, anderen Aufregerthemen natürlich auch vor. Aber nicht nur Oferim hat großen Schaden zugefügt. Auch alle, die damals reflexartig Hass auf Herrn W. und das Westin geschüttet haben. Kein einziges Opfer wird im Stich gelassen, wenn erst einmal sauber ermittelt oder recherchiert wird. Das hat auch nichts mit einem Misstrauen gegen die Opfergeschichte zu tun. Und natürlich hat Oferim diese Erregung provoziert, indem er statt zur Polizei zu gehen, lieber ein Insta-Video veröffentlicht hat. Aber auch das kennen wir ja von allen anderen sensiblen Themen, von Diskriminierung bis hin zu MeToo. Heutzutage scheint vor jeder Anzeige immer erst mal der Social-Media-Post mit passendem Hashtag zu stehen. Und in unserer Erregungsgesellschaft ist das dann wirklich so eine toxische Spirale. Noch einmal, Empathie und Unterstützung ist wichtig. Aber bitte mit etwas mehr Besonnenheit. In diesem Sinne, spannendes Thema. Wir haben wieder ausführlichst einmal hineinrecherchiert und auch analysiert. Ich hoffe, wir haben Ihnen auch hier die letzten 50 Minuten ein bisschen einen Einblick geben können. Wir freuen uns natürlich auf die nächste Episode, in dem Fall die runde Episode 150 der Tiny Talks. Wünschen Ihnen alles Gute für den Start der Woche. Genießen Sie diese winterliche Zeit und einen Einstieg in den weihnachtlichen Flair. Und in der nächsten Episode, nämlich dieser 150, geht es dann wieder um die Künstliche Intelligenz in Zusammenarbeit mit dem Chat-GPT-Expertenforum. Das war kein Shitstorm für uns. Das war ein Orkan oder noch schlimmer als ein Sturm, der über uns hereingebrochen ist. Wir sind vorbereitet, unsere Gäste glücklich zu machen. Aber einer weltweiten Pressenachfrage über alle Medien innerhalb von wenigen Stunden und Tagen gerecht zu werden, das ist für uns eigentlich keine Aufgabe gewesen, wo wir wussten, dass wir sie bewältigen können. Aber zusätzlich kamen dann ja auch Hunderte und Tausende von tatsächlichen Hassanrufen in der ersten Woche, die hier im Hotel gelandet sind. Und das macht natürlich was mit einem. Und auch gerade das, was in Facebook und in anderen Medien über das Hotel, über mich als Hoteldirektor oder auch den betreffenden Mitarbeiter geschrieben oder, ich will immer sagen, von sich gegeben worden ist, das ist erschreckend und hart gewesen überhaupt in den ersten vier, fünf, sechs Tagen. Der Fall ist ja schon hochgekocht, als es noch gar nicht passiert war. Der ist am selben Abend hochgekocht, als Gil Offarim, da schluchzend, heulend und weinend vor dem Hotel saß und sagte, man habe ihn schlecht behandelt. Ich will vorneweg sagen, das war der Moment, wo mir eigentlich schon klar war, dass das Ganze ein Bluff ist. Da ist ein Mensch, der ist in dem Fall jüdisch, so what? Er wird bestraft, ich habe damit nichts zu tun. Die Gute darf lügen. Übrigens tun das Millionen andere, die nicht jüdisch sind, auch. Ich meine, in diesem Land gilt, und das ist auch richtig so, die Unschuldsvermutung. Aber der Portier oder der Concierge oder der Empfangschef im Hotel war schon überführt und verurteilt, bevor er auch die erste Untersuchung eingesetzt hat. Also für den armen Mann, dessen Karriere und Leben hätte ruiniert sein können, galt keine Unschuldsvermutung. Diese Geschichte von diesem Gil Offarim ist eine Geschichte, was immer rauskommt. Sie interessiert mich wirklich nicht. Mich interessiert der alltägliche Judenhass. Und das will ich doch nochmal betonen. Das hätte aber genauso auch stimmen können. Es trifft einen im Markt, wenn es dann, ich sage mal, ein Premium-Medium ist, wie die Süddeutsche Zeitung, die ich tatsächlich auch am Wochenende lese, mit so einer Keule daherkommt, dann ist man sprachlos. Also für mich persönlich hat am 5.10. sich auch ein Teil meines Lebens einfach geändert. So ist es, wie die Süddeutsche Zeitung. So ist es, wie die Süddeutsche Zeitung ist. Also für mich natürlich auch ein paar Jahre alt. Untertitelung des ZDF, 2020